Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob es richtig ist, dass wir heute noch, und ich entnehme diesen Hinweis der Stuttgarter Zeitung, dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Das heißt, dass, wenn der Fall einträte, die früheren Siegermächte Weisungen erteilen können an die Bundesrepublik Deutschland, beziehungsweise an ihre Regierung. Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Und erst wenn wir einen Friedensvertrag hätten, wäre das Besatzungsrecht obsolet. Keine Regierung seit der Gründung der Bundesrepublik hat dieses Thema mal aufgearbeitet. Ich glaube, es ist angekommen als Frage. Was würden Sie, die Sie ja nun wirklich gut in der Welt vernetzt sind und auch große Anerkennung haben, könnten wir uns darauf einstellen, dass nach dem bald 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vorbei ist, dass auch die Deutschen wieder auf Augenhöhe sind mit anderen Völkern und Sie dann in Ihrer neuen Regierung dieses Thema aufgreifen und vielleicht auch endlich zu einem guten Erfolg führen werden. Das wäre meine Frage. Also ich glaube, wir sind da jetzt schon ein Stück vorangekommen. Erstens war ja mit dem Einigungsvertrag und dem 2-plus-4-Abkommen eigentlich die deutsche Souveränität hergestellt worden. Eigentlich die deutsche Souveränität hergestellt. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es dennoch alte Abkommen gab und wir haben jetzt festgestellt, dass es dennoch alte Abkommen gab von 1968, als in Deutschland das sogenannte G-10-Gesetz gemacht wurde, was die Arbeit der Geheimdienste regelt. Als in Deutschland das sogenannte G-10-Gesetz gemacht wurde, was die Arbeit der Geheimdienste regelt, dass es da noch Abmachungen mit den drei Westalliierten gab, die darauf hingedeutet haben, dass in bestimmten Fällen die Souveränität unseres Geheimdienstes nicht voll gewährleistet gewesen wäre. In bestimmten Fällen die Souveränität unseres Geheimdienstes nicht voll gewährleistet gewesen wäre. Und wir haben jetzt die ganzen Diskussionen um die Zusammenarbeit der Dienste genutzt, um diese alten sogenannten 68er-Vereinbarungen mit Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika zu beenden. Ganz formell durch verbalen Notenaustausch, wie das heißt, zu beenden. Und damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Problem gelöst. Und damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Problem gelöst. Das ist jetzt vor wenigen Tagen passiert. Das ist jetzt vor wenigen Tagen passiert. Ich glaube, wir sind da jetzt schon ein Stück vorangekommen. Erstens. Und damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Problem gelöst. Das wäre meine Frage. Also ich glaube, wir sind da jetzt schon ein Stück vorangekommen. Erstens. Dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Das heißt, dass wenn der Fall einträte, die früheren Siegermächte Weisungen erteilen können an die Bundesrepublik Deutschland, beziehungsweise an ihre Regierung. Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Das ist ja wohl dann. Ja.